Herzlich Willkommen zu Trichter TV, das Fernsehen für die Region Sempachersee. Heute mit Gast Beat Felder. Herzlich Willkommen. Hallo Andreas. Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Für dich acht Fragen, acht Stichworte. Wir sind sehr schnell, sehr dynamisch. Wir gehen gleich los. Vier Minuten. Die erste Frage, wer bist du? Beat Felder, Ü50, Walsorser, Weinfreund natürlich, geheiratet und ein positiv denkender Mensch. Du bist Ex-Heinevater, Weinproduzent, Quartiervereinspräsident, im UK vom Städtli-Fest, UK-Chef New Orleans Night. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Ja, das mache ich alles gerne und ich habe Freude an der Kultur, am Brauchtum, dass etwas läuft. Ich habe Freude an der Region Sorsi. Und irgendwo braucht es dir halt auch Zeit, dass man sich mal erholen kann. Ich tue auch sehr gerne eine Fuulenze. Das gehört dir halt auch dazu und gehe gerne reisen. Wie bist du auf den Wein gekommen? Du bist auch Weinbaukommissär und deine aktuelle Tätigkeit beim BBZN? Das weiss ich eigentlich selber nicht. Aber zum 8. Geburtstag habe ich sechs Bordeaux Gläser bekommen. Ich habe mich da schon von Bordeaux Wein interessiert. Und das ist, glaube ich, etwas aussergewöhnlich für dieses Alter. Mit 25 habe ich bereits den Abschluss gehabt. Fachhochschule für Obst und Weinbau. Und es war eigentlich ein bisschen eine Berufung für mich, für den Kanton Luzern zu arbeiten. Ich bin extra nach Hause gekommen. Auf einem Trip aus Neuseeland habe ich mich beworben. Und das hat dann gerade geklappt. Und heute bin ich beim Berufsbildungszentrum für Natur und Ernährung tätig. Was sind Herausforderungen in deinem Alltag? Ja, da gibt es natürlich viel. Aus der Weiterentwicklung des Redbaus in der ganzen Zentralschweiz in der Zwischenzeit. Auch immer mit den neuen Schädlingen und Krankheiten, die auf uns zukommen. Und sicher auch die Redbauern bei guter Laune behalten sind. Zusammen zu behalten und zu motivieren. Das ist ganz wichtig. Du bist selber auch aktiv mit dem Weinbau Mariazelle. Kannst du uns dort ein bisschen erzählen, aus dem Alltag eines Weinproduzenten zu sein? Ja, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und ich habe Freude, dass diese in den Stand gekommen ist. Also eigentlich mit, ich wollte ja das schon lange, dort die Reben in der Mariazelle. Das hat es dann einfach nicht gegeben. Und wo dann die vier Landhäuser gebaut werden konnten, haben wir zusammen, eigentlich das Fünfte, den Redberg realisiert. Ich bin dort als Geschäftsführer tätig. Für mich ist aber wichtig, dass ich üben kann, in der Praxis arbeiten kann. Das ist ja ein wunderbarer Ausgleich. Aktuell spürt man die Tendenz, dass Weinprodukte zunehmend aus Zentralschweizer kommen. Also es gibt länger mehr Weinproduzenten. Parallel ist die Qualität der Wein. Auf was ist das zurückzuführen? Ja, die Wein werden tatsächlich immer besser. Das konnte ich jetzt seit fast 30 Jahren mitverfolgen und helfen mitentwickeln. Das Wetter wird immer besser. Die Technologien sind natürlich besser. Das Wissen ist besser. Und die Frauen haben einfach bei uns nicht die Traditionen, wo der Vater eigentlich schon im Sohn sagt, so muss man es machen. Die Betriebe konnten sich alle neu aufbauen, sind in der ersten Generation. Und das Wissen heute quasi von der ganzen Welt. Und das hier im Kanton Huzern oder in der Zentralschweizer umsetzen. Am 8. November organisiert ihr den Weinsamstag vor dem Rathaus. Was kann man dort erwarten? Ja, das ist ein ganz schöner Anlass. Da kommen alle Weinproduzenten von der Region Sempachersee, Sohretal. Eine sehr hohe Vielfalt von Wein, die man da probieren kann. Die meisten Leute werden dann überrascht sein, wie gross die Vielfalt ist und wie fein die Wein sind. Es gibt auch ein Treppenwurst in der Sust. Es gibt Informationen über das Weinbrennen. Also ganz schöner, attraktiver Anlass im Sohserathaus. Das waren schon die 8 Fragen. Es gibt uns die Zeit, überzuschwenken auf das feine Wässerchen, das du noch mitgenommen hast. Was ist das genau? Das ist ein Topaz Dolce vom Weinbohr Mariazell. Ein eher süsser Wein, sehr aromatischer Wein, der noch rosen tut. Wir haben am Schluss der Sendung sicher noch Zeit, etwas zu degustieren. Wir gehen weiter mit 8 Schlagwörtern an dich, Beate. Das erste Schlagwort heisst Region Sempachersee? Walheimen und baumende Weinbauregion. Alkohol am Steuer? Manchmal ist ein wenig Glück, aber ganz sicher braucht es auch Grenzen. Fasnacht? Mein Hobby, kann man eigentlich so sagen. Weihjahrgang 2014? Ein aufwendiges Jahr, aber es ist überraschend gut geändert. Wein aus Übersee? Manchmal ist es ganz gut gemacht, aber ökologisch ist es eigentlich nicht so sinnvoll. Deinen Lieblingswein, ausser deinen eigenen? Ja, Sauvignon Blanc Merlot habe ich eigentlich am liebsten. Und dann noch das Lieblingsrestaurant, oder wo trifft man dich an, wenn du mal auswärts essen gehst? Im wilden Markt im Schweizerheim am ersten. Und was wünschst du dir für die Zukunft? Viel Sonne und weiterhin natürlich Energie, damit ich diese Tätigkeiten alle so weitermachen kann. Danke dir, Beate. Wir sind durch mit diesen 8 Schlagwörtern. Das wäre es gewesen mit der Sendung. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und Beate Felder hat das Schlusswort. Ja, auf das trinken wir an und stossen dann zum Wahl, Andreas. Beate, viel Erfolg. Ja, merci. Gleichfalls.